Nicht wahr? Erzählt ihr was Neues? Nö, das hatten wir schon. So, wo ist er denn? Och, hier. Hi. Ähm, Omochao am Tokio Station kann sicher helfen, wenn ihr jemanden sucht. Dafür bin ich jetzt hierher gereist. Für die Info. Okay, wir suchen jemanden, wir reisen weiter. Für die Info sind wir kurz mal hergekommen. Alles gut. Gut, dann gehen wir nach hier oben. Zum Tokio Stadium. Zur Tokio Station. Wow, nett hier. Hi. Hier ist die Tokio Station. Der Bahnhof ist keine olympische Wettkampfstätte. Falls du das schon wusstest. Oder nicht wusstest. Ich dachte, der Fuji wäre in Tokio. Dabei ist der ganz woanders. Aber die haben ja einen netten Bahnhof. Also, der wird denn echt anders aussehen, ja. Ich habe eine Frau in einer traditionellen Yukata gesehen. Es sah wirklich schön aus. Tokio ist die Hauptstadt von Japan. Von diesem Bahnhof aus kann man Städte im gesamten Land erreichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Eggman N häufig den Tokio Taikukan besucht. Luigi, lass uns zum Tokio Taikukan gehen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber da sollen wir wohin. Und das ist ja nett. Nicht wahr? Tschau. So viele Toads. So viele Toads und nur eine Toadette. Ist ja wie bei den Schlümpfen. Da gab es auch nur eine Schlumpfine. Oh Mann, oh Mann. Okay. So. Also, ab zum nächsten. Ach hier. Da muss ich hin. So. Also, gehen wir wieder hier hin. Oder waren wir hier schon? Weiß ich gar nicht. Aber wir gehen mal hin. Nee, wir waren hier noch nicht. Tischtennis haben wir bisher noch nicht gespielt. Aber das machen wir gleich. Tischtennis ist sehr beliebt. Ich hätte beinahe kein Ticket mehr für den Tokio Taikukan bekommen. Der. Der Tokio Taikukan wurde nicht erst für die Olympischen Spiele 2020 erbaut. Doch das historische Gebäude wurde umfassend erneuert. Wann wurde die Anlage denn ursprünglich errichtet? Wenn ihr es wisst, gerne jetzt mitraten. Die Antwort folgt. Jetzt. 1956 erst wurden eine Schwimmhalle und eine Laufbahn hinzugefügt, gefolgt von weiteren Änderungen in Vorbereitung auf die Olympiade 2020. Ich finde übrigens diese Sachen, die sie hier sozusagen erklären, finde ich wirklich schön gemacht und gar nicht schlecht. Also wäre das Programm jetzt pünktlich zur Olympiade rausgekommen, wäre es natürlich noch besser gewesen. Hätte aber den Touch von Werbung natürlich gehabt, was es ja auch ist. Seien wir ehrlich, das ist Werbung für diese Olympiade im Jahre 2021 dann in Tokio. Und es ist ein bisschen schade, dass sie nicht so stattfinden kann oder wird, wie sie ursprünglich geplant ist, eben wegen der Pandemie. Die Pandemie ist ein bisschen Spaßbremser in vielen Bereichen gerade. Aber gut, Lila Toad. Der Tokio Taikokan wurde auch schon während der Olympiade 64 in Tokio genutzt. Er wurde aber renoviert und sieht jetzt aus wie neu. Hallo. Im Tokio Taikokan wird Tischtennis ausgetragen. Der Ball fliegt so schnell, dass mir glatt schwindelig wird. Deswegen werde ich mich nicht einmischen. Der Tokio Taikokan befindet sich direkt neben dem Olympiastadion. Und hier haben wir wieder eine kleine Verschwörung mit drei Leuten. Hey. Hey. Sag dich doch, hey. Ihr habt das wohl auch rausgefunden, was? Guckt mal, da. Trotz meines chilligen Auftretens. Ich bin gerade erst angekommen und es gibt hier nichts, was ich tun kann. Hat Eggman N. schon mit der Analyse der Spielkonsole begonnen? Ja. Er sagt, er testet den Code oder so. Keiner darf ihm zu nahe kommen. Sonst löscht er alles. Wenn ihr Eggman N. jetzt stört, könnte das gesamte Spiel gelöscht werden. Oh ja. Oh ja. Deswegen alle wegtreten und Ruhe. Denn wenn das passiert, dann betrifft das nicht nur Papa und Dr. Eggman, sondern auch Mario und Sonic. Ja, ja. Also, hört mal, hört mal. Das gefällt mir nicht, aber wir sollten wohl erst mal abwarten und auf die beiden hören. Und in der Zwischenzeit könnten wir Tischtennis spielen. Ja, wir sollten etwas Lustiges machen, während Eggman N. die Analyse durchführt. Oh ja. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Psst. Dein Augenblick ist gekommen. Was ist denn das? Geh nicht schon dran? Ich stecke gerade mitten in der Analyse. Du kannst das für eine Weile übernehmen. Ja. Hier auf Eggman N. zu warten ist total langweilig. Tritt gegen diese Leute an und unterhalte mich. Das interessiert mich nicht. Für mich zählt nur, dass ich gewinne. Oh ja. Du wirst noch bereuen, dass du mich herausfordern wolltest. Ähm. Ähm. Oh, super. Dieser Typ. Oh, toll. Ey. Ich glaube nicht, dass du gewinnen kannst, Vector. Aber ich freue mich auf einen spannenden Wettkampf. Na gut, dann los. Ich brauche etwas zu tun, während wir auf Eggman N warten. Besiege Sass. Im Tischtennis einzeln. Mit Knöpfchen. Drücke X, um den Ball hochzuwerfen. Und drücke X im richtigen Moment, um aufzuschlagen. Dein Charakter begibt sich automatisch in die richtige Position für einen Schlag. Du musst den Schlag jedoch selbst ausführen. Neige links, wenn du den Ball schlägst, damit er nach links geht. Neige nach rechts, um ihn nach rechts zu schlagen. Wenn die Superkraftanzeige voll ist, erdrücken und führe einen beliebigen Schlag aus, um einen Superschlag daraus zu machen. Okay. Na gut, klingt ja einfach. X drücken. Xie. Wir Xen jetzt alle weg. Hi du Sass. Oh Gott, das ist ja schnell. Okay, nochmal. Okay. Timing ist alles. Timing ist alles. Oha. Okay, das war jetzt gemein. Äh, Superanzack ist noch nicht voll. Ah. Nicht gut. Das ist ja hart. Nicht gut. Das wollte ich auch gerade machen, was er da gemacht hat. Okay. Nochmal. Matchball. Ich hab doch R. Ich hab R gedrückt. Warum hat der nicht... Der hat nicht meinen Superschlag ausgeführt. Warum? Man kann übrigens auch mit A drücken. Wie ich gerade feststelle. Man muss nicht mit X drücken. Man kann auch A drücken. So. Nein. Nicht gut. Diese unkontrollierten Schläge sind nicht gut. Die führen immer zum Matchball. Also zum Schlag. Schade. Oh. Bisschen zu langsam. Das Spiel ist ein bisschen hart, finde ich gerade. Oder? Nein. Das ist das, was ich meinte. Dieser unkontrollierte Schlag. Den haut der immer weg. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Dass meiner den macht. Okay. Jetzt hat er mal richtig funktioniert. Jetzt hoffe ich, dass ich den Superschlag machen kann. Mal gucken. Ja. Hat er gemacht. Okay. Wenigstens etwas. So. Okay. Den kriege ich nicht, ne? Nein. Der ist ziemlich unblockbar, dieser Superschlag. Bisschen blöd. Aber gut. Jetzt hat er auch seine Lebensenergade weg. Matchball. Ah. Schade. Ja. Gott sei Dank. Haben wir noch hingekriegt. Okay. So. Noch weiter. Wieder Matchball? Einstand. Ne. Einstand ist doof. Nicht gut. Gar nicht gut. Ähm. Es gibt... Also gefühlt hätte ich gesagt, er ist träge. So. So. Jetzt hauen wir ihn weg. Was? Den hat er blocken können? Wieso? Wie? Was? Ich dachte, er ist nicht blockbar. Er wird einfach mal so locker aus dem Handgelenk. Okay. Ein bisschen habe ich den Eindruck, dass mein Krokodil hier ein bisschen... Ähm... Träger agiert. Also wirklich so ein bisschen Input-Lag hat. Kann sein, muss nicht sein. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Okay. Noch läuft es gut. Mal gucken, ob wir das halten können. Bin ich mir aber wie gesagt nicht sicher. Wie lange geht denn hier diese Wiederholung? Endlos, ne? Ja. Egal. Okay. Ist ein bisschen die Frage, wann man drücken muss, damit er den richtigen Schlag macht. Bisschen kompliziert manchmal. So. Okay. Wenn man wie wild A drückt, oder X. Bei dem super Angriff, dann kann man ihn wirklich blocken. Der hier ist relativ schwierig dann zu blocken. Okay. Ist wirklich eine Frage dessen, wie schnell man alliert in dem Spiel. Okay, Matchball ist gut. Oh, okay. Wir haben ihn endlich besiegt. Hat ein bisschen gedauert. Aber gut. Ist gar nicht so einfach das Spiel. Die sind manchmal relativ herausfordernd. Die Quick-Time-Events. Weil was anderes sind sie ja eigentlich nicht. Richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt. Kann aber doch recht herausfordernd sein. Muss man so sagen. Das werde ich nicht vergessen. Lass dir das gesagt sein. Komm schon. Erst gibst du das so an und dann verlierst du. Menno. Und was sagt die Analyse? Die Analyse ist fast abgeschlossen, aber... Na ja. Aber was? Können wir sie aus dem Spiel retten? Meine Analyse hat gezeigt, also... Ich muss mal kurz noch überlegen, dass es keinen Weg gibt, sie herauszuholen. Äh, was? Das kann nicht wahr sein. Sass. Du kannst jetzt Sass am Tischtennis einsetzen. Okay, wir wissen aber, wie sie rauskommen. In Kapitel 8 unter der olympischen Feuerschale. Wir wissen ja, wie sie rauskommen sollen. Indem sie nämlich... Goldmedaillen sammeln. Fahr nicht gleich aus dem Panzer, Mauser. Schließlich wissen sie nicht, was sie zu tun haben, wenn sie die Goldmedaillen haben. Oh ja. Moment mal. Es reicht nicht, die Goldmedaillen nur zu sammeln. Wieso bin ich nicht selbst aufgekommen? Na dann, was sollen wir also mit den Goldmedaillen anstellen? Hey! Habt ihr etwas schon wieder eine geheime Besprechung? Äh, nein, nein, nein. Wir planen nur unser Vorgehen für den nächsten Wettkampf. Eine Strategiesitzung ist doch wohl klar. Eine Strategiesitzung? Ihr führt doch nicht schon wieder etwas im Schilde, oder? Nö, 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 nö. Wir überlegen nur, wie wir am besten gewinnen. Oh ja, ja, ja. Ähm, 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 Dr. Eggman, wie wäre es als nächstes mit einer Sportart, bei der ich gewinnen kann? Hm, da habe ich den perfekten, den wirklich perfekten Wettkampf für dich. Pauser, das machen wir als nächstes. Oh ja. Komm, komm mal mit, komm, komm, komm. Ähm, es steht nur eins fest. Wir können Ihnen nicht trauen, Mario. Folgen wir Ihnen und finden wir heraus, was Sie vorhaben. Na gut, aber erst mal lesen wir. Beim Sprung müssen Athleten über ein Objekt namens Sprungtisch springen. In welche Richtung müssen die Sportler darüber springen? Längs oder quer? Es ist längs. Bis 2001 wurde ein Sprungpferd verwendet, welches Männer längs und Frauen quer überspringen mussten. Ach, sowas. Na, das ist ja mal eine Info. Wer liebt es nicht, wenn seine Lieblingssportler Medaillen gewinnen? Die Athleten, welches Land, haben bei den Olympianen 64 die meisten Goldmedaillen geholt? Na, wer weiß es? Es waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Die amerikanischen Sportler holten 36 Goldmedaillen und die Athleten aus Japan, dem Gastgeberland, 16. Ist aber auch eine ganz gute Bilanz. Hier ist der Tokio-Taiku-Kan. Hier werden die Gymnastik-Wettkämpfe ausgetragen. Ich kann von diesen Supersportlern gar nicht die Augen lassen. Weißt du, welche olympischen Disziplinen in der Sporthalle namens Tokio-Taiku-Kan ausgetragen werden? Gymnastik gehörte dazu, aber auch andere Wettkämpfe. Kannst du einen erraten? Schwimmen? Wasserball. Fast. Diese Anlage hat mehr zu bieten als eine typische Sporthalle. Sie verfügt nämlich auch über Schwimmbecken und eine Laufbahn. Das mit dem Schwimmbecken, das hatten wir schon als Info gekriegt. Kniek. Kniek. Hier findet der Sprung-Wettkampf statt. Ich weiß, du kannst unheimlich hoch springen, Poki, aber du kannst nicht mitmachen. Es tut mir leid. Es ist toll, dass diese Anlage ein Dach hat. So kann man sich die Wettkämpfe ansehen, ohne sich über das Wetter Sorgen machen zu müssen. Es ist unglaublich, wozu Toner fähig sind. Ich frage mich, ob ich je lernen könnte, wie man einen Handstand-Überschlag macht. Lernen vielleicht schon, durchführen nicht. Tut mir leid. Dafür ist er zu klein. Und hat einen viel zu großen Kopf. Der Tod. Ja, Straße von Tokio. Ach, jetzt gehen wir auch zur Straße von Tokio. Ich geh mal hier. Straße von Tokio. Hi. Dr. Eggman. Ja, das seid ihr ja schon wieder genau wie erwartet. Oh ja, ihr kommt. Mein Plan geht auf. Oh ja. Bausa, nun, er sammelt gerade seine Konzentration für den nächsten Wettkampf. Ähm. Konzentration? Muss er die denn sammeln? Ach, na ja, komm. Die nächste Disziplin ist Judo. Konzentration ist der Schlüssel zum Sieg. Aber sowas von. Glaubst du ernsthaft, dass du, Bausa, einem Schwergewicht gewachsen bist? Das Gold gehört uns. Oh ja. 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 Genau.